was ist das wonach ich suche auch gut die sache ist die hier kommt licht rein das heißt es gibt immer einen ausweg wegen hier da oben einfach irgendwie hochklettern aber es gibt einen anderen ausweg viel einfacher das ist das schiff da sieht man einfach schön marot aus wohin 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 どうね boah war das anstrengend ich musste die ganze zeit gedrückt halten erstelllich das mal vorher Ah, sie sind da runtergegangen, um das Ding zu holen nur? Ah, nicht schlecht. Das Ding ist echt verhext. Ah, ja, Magie. Böse Magie, sehr am Werk. Äh, okay. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Na, da ist ja voll zum fucking... Verlorene Fort am Arsch. Ach, komm, wenn ich schon so nahe bin. Ich hab Bock auf die, äh, hier. Hope Story, auf die Story. Ja, genau. Oh, Fähigkeitspunkt erhalten. Was kann ich denn verwenden? Äh, Fähigkeiten. Was gibt's denn? Hm, was ist das? Drücke Shift und das Funken, kannst du dann ziehen mit deinem Zielfernrohr. Viermal länger für die Zeiten. Viermal länger, what the fuck? Voll, warte. Erstmal guck ich, das gibt's noch bei den anderen. Ähm. Nö, 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 nö. Na, ne. Dann mach ich das eben. Okay. Boah, leck. Heftig. Was machen die da überhaupt? Ich hoffe, ich komm hier voran, wo ich hier... Äh, leg mich das so so klar. Ach, Mann, ey. Stellt man sich so einen idealen Weg vor. Na, so richtig geil durch den Dschungel geht und dann... Wand! Naja. Aber ich hier wohl hoch. Oh, weißer Tiger. Arrr. Baka. Ne, genauer wissend. 400 Meter, öör... Szenzübe. Auto wäre, glaube ich, cool Ah, komm, die 400 Meter, die kann man mal eben hinsjoggen Wenn möglich über den Dschungel Hier ist es viel cooler Ist das Ding dumm Was ist da unten? Ist das Schildkröte? Ey, da sind Schildkröten Boah, die Geiler Pogas, Riesenschildkröten Krass, die habe ich noch gar nicht Kein einziges Mal gefunden Eine Seltenheit hier Ey Panzer, genau Komm, der Der hat ein richtig scharfes Messer Krass Okay, cool Ein Auto Ah, ist ein Kameraden Und So, wo muss ich lang Äh, ups Welcher Straße? Der dünnen Naja, so, ich gucke nach hinten Weiche aus, 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 ausgewicht, Alter Was ist hier los? Was ist hier los? Und das ist jetzt nicht So, da sind wir ja Oh, was denn hier? Munition Und ein bisschen Geld Und Medi-Pack So, Kollege Eine Mine Überrasch mich mal Wie zum Du, du Ficker Du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst Ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist Aber Jace Keine Sorge Denk an Keith 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 heult die ganze Zeit nur Eigentlich geht er mir echt auf den Sack Halt's Maul Nein, 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 nein Erst noch eine Geschichtsstunde Hör zu Also, Zheng He Mit seinen Schatzcheffen Die Schätze für die Ming sammelten Weißt du noch? Ja, Mr. Buck, Sir Natürlich Antworte gefälligst Wenn ich dich frage Antwortest du Klar Nun, dieser Zheng He Hat einen Kapitän namens Ling Kong Und Ling Kong Hat sich davon gemacht Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang Vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt Versklavte alle Einwohner Aber Zheng He Oh, der fiese Zheng He Hat seinen Reich in kürzester Zeit vernichtet Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace Sehr aufgeweckt Hm, der Schatz Der Schatz Keiner weiß, wo er ist Jedenfalls nicht auf dem Boot Hm? Und Ling Kong Der Ficker ist auch verschwunden Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht Und die blöden Japaner Haben die Insel umgegraben Aber keiner weiß, wo er ist Also nicht trödeln, Jace Hm? Hau rein Viel Glück Ich mag ihn Irgendwie sehr gut Erforsche die Bienen Und finde das dritte Kompass-Teil Arsch wie der Kompass-Teil Ich habe das vierte, fünfte, sechste, siebte, 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 neunte, zehnte Kompass-Teil Ich glaube, ich werde es jetzt erleben Was erleben Ich höre, ich höre, ich höre, wie der verkückte Gegner Oh, bis ungekippt Schieß auf die Holzstützen, damit die Decke einstürzt Ey, ist die Decke aber nicht so eingestürzt, wie ich es wollte Sehr interessant Kann ich hier mit einem Ding insfahren Mit einem Minending Ist hier was? Boni, okay Haha, geil, also brennen Brennt, 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 brennt Mh, fuck Ey, wohin mit dir Wer wird sterben? Jedenfalls nicht ich In der Tat Ja, war schon Oh, leck mich Ah ja, ich kriege weniger Brandschaden, das ist cool Ich habe das vergessen Sonst hätte ich schon den ganzen Balken verbrannt Oh, komm, lass mich go-kart fahren hier Oh, leck mich Ich muss langsam machen Warte, fuck Geht doch Okay, jetzt müssen wir die Ach so, haben die sehr ernsthaft vier Reds eingebaut, damit ich immer Deckung habe? Nicht schlecht. Da habe ich sie schon alle getötet, aber da ist noch einer. Ey, oh mein Ohr juckt, ups, mein Ohr juckt. Oh Mann ey, das hat mir den ganzen Durchgang versaut. Stirb. Feuer, weg mit ihm. Hey, ist da noch jemand? Oh, ne. Hä? Brauchst du dumm wegzu... Na, leck mich am Arsch. Keine Lust. Keine Lust? Ich hab gesagt, ich hab keine Lust. Bopf! Ich mag sie nicht, die fetten Dinger. Je enger der Raum ist gegen jemanden... Ah hier. Bewegen. Egal. Ah ja, genau. Je enger der Raum ist gegen... Ach, leck mich am Arsch. Keine Ahnung. Äh, keine Granaten mehr. Okay, nur einen Molotov habe ich... Oh nein, da sind wieder 3 mal gegen da. Ah genau, je enger der Raum ist gegen die man kämpft. Also wo man gegen die kämpft ist. Ekliger ist es gegen die. Ah. Ja. Eigentlich... Ja. Ich fühl mich in die richtige Zustellung nicht ein. Brennt! Brennt alle nieder! Ah, leck! Hopp! Ist auch da hinten. Wow! Geh weg von mir, man. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh nein. Oh, ne, stimmt gar nicht, da bei mir brennt alles. Was ist leuchtend dich Verlückten? Ich reiiiг dich auseinander! Wo ist er? Da! nach denen er hinten begrüßt sich mit meiner sniper war du renn nicht auf zu rennen auf zu hören hör auf mich braver so finden die merckwürdige tür in der ausgrabungsstelle ich habe schon was böses ich bin ganz weit zur seite gehen so war das und wie ich dachte ja was gefährlich ist in der tat sehr nett also das glaubst aber doch nur du es muss ein weg geben es zu aktivieren für den versteckten gang diese viecher laufen ja wohl gerne noch eine erste schlange Oh Gott heil, doch noch ein Ding gerade parat, ein Lebensbalken, oh da ist noch ein Aufzug, noch weiter unten, oder gehen wir jetzt noch um? Ja da ist so marode und reckig aussieht, weil du es jetzt auch gesagt hast, weil du dich so komisch umguckst, das wird gleich was passieren. Oh, krass. War das nicht zu erwarten? Oh, na da komm ich sicher nicht raus. Puh, stimmt wieder hier, ja ok da ist immer noch ein Loch.